Er ist ein Berliner Eishockey-Urgestein. Sven Felski, den sie bei den Eisbären Berlin aufgrund seiner Vereinstreue liebevoll den Bürgermeister nennen, muss seine beeindruckende Karriere beenden. Der Stürmer hatte zuletzt immer wieder mit Kniebeschwerden zu kämpfen. Es sei der schwerste Tag seiner Karriere als Sportler, sagte Felski nun. Der Stürmer hängt die Kufen auf ärztliches Anraten an den Nagel. Felski wurde mit Berlin sechsmal deutscher Meister und lief für die Eisbären und den Vorgängerclub SC Dynamo insgesamt 1000 Mal auf. Für Deutschland stand der 37-Jährige 159 Mal auf dem Eis und nahm an zwei Olympischen Spielen und zehn Weltmeisterschaften teil.